Wilde Fahrt durchs Gewürzsammelsurium Hallo Tag auch, willkommen zu Alien Barbecue. Heute machen wir Reh, ein Rehrücken und zwar mit Knochen natürlich und da sieht man schon, da ist eine Menge Silberhaut dran, die müssen wir noch sauber schneiden und ja, ich zeige euch das dann später. Das hier, das sind die einzelnen Gewürze, insgesamt 15 Stück. Da drin ist Dill, Knoblauch, Petersilie, Estragon, Paprika, geräucherte Paprika, Petersilie und und und. Im Rezept auf meiner Webseite stelle ich euch das einzeln vor. Ja, dieser Metallspieß, der hat eine ganz besondere Aufgabe. Der Rehrücken, wenn man ihn gart, am Knochen neigt dazu, sich zusammenzuziehen. Das heißt, er wölbt sich dann auf wie eine Brücke. Und damit das nicht passiert, na, werden wir später sehen. Okay, die Gewürzmischung, die einzelnen Gewürze, die vermische ich erstmal mit einem Teelöffel. Der Grund dahinter ist, dass gerade Paprika dazu neigt, Klümpchen zu bilden und mit einem Löffel kann ich die, ja, schön plattrücken. Dann wird noch einmal durchgeschüttelt und dann sieht das ungefähr so aus. Und das duftet jetzt schon ziemlich gut. Ja, jetzt kümmern wir uns um den Rehrücken. Man sieht, die Silberhaut, die ist sehr dominant, die muss runter, da geht kein Gewürz der Welt durch. Ich habe das sicherlich schon etliche Male gesehen, wie man das macht. Einfach drunter stechen mit dem scharfen Messer und dann mit der Klinge zur Silberhaut nach oben gerichtet, ja, langsam wegschneiden. Ich bin jetzt auch nicht der Metzger, auch nicht der Profi, wie man hier sehen kann. Das sieht schon eher aus wie eine Mondlandschaft, aber, ja, Silberhaut ist auf jeden Fall weg. Gut, nochmal den Sicherheitscheck machen. Da haben wir noch ein kleines Stückchen übersehen, das schneiden wir weg und auch, was da unten drunter an den Knochen ist, das nehme ich auch mit weg, damit das Gewürz wirklich von allen Seiten einwirken kann. Ja, jetzt kommt der Metallspieß zum Einsatz. Den nehmen wir jetzt einfach und schieben ihn mitten durch die Wirbelsäule. Da ist so ein schöner Kanal. Manchmal geht es einfacher, manchmal nicht. Ja, jetzt in diesem Falle nicht, aber wir nehmen das mal von der anderen Seite, dann wird das da sicherlich schon gehen. Da sieht man schon, da geht er durch und am anderen Ende guckt er raus. Wunderbar. Vielleicht könnte man das auch auf einer kleinen Rotisserie so machen. Jetzt haben wir ihm auf jeden Fall die Möglichkeit genommen, sich zu wölben. So, hier schneide ich jetzt mit dem Messer einfach direkt entlang der Wirbelsäule und zwar runter bis auf die Knochen. Auf beiden Seiten natürlich. Das hat den Hintergrund, dass ich dadurch auch das Fleisch innen schon eine Würzung geben kann und nicht nur außen. So, dann mache ich eben fertig. Dann geht es gleich mit dem nächsten Schritt weiter. Ja, wie immer zum Würzen nehme ich die Edelstahlschale. Dann wird das Fleisch mit ein bisschen Öl benetzt, wie man hier sehen kann. Das Öl hat eigentlich keine andere Aufgabe, als das feine Gewürz am Fleisch zu halten. Ihr könnt da sicherlich auch ein Olivenöl nehmen, ist jetzt aber geschmacklich nicht so relevant, weil das Gehürz ist unheimlich kräftig. So, hier sieht man, ich klappe den Rücken so ein bisschen auf, da wo ich ihn an der Wirbelsäule geschnitten habe und würze ihn einmal durch. Und ja, da ist er auch schon fertig. So sieht es aus. Ich denke, so könnte man den auch in der Auslage beim Metzger finden. Oh, was ist das? Kein Grill? Nein, kein Grill. Ich habe das Fleisch sechs Stunden marinieren lassen und in diesen sechs Stunden ist das Wetter so klasse ungeschlagen, dass ich keine Chance hatte, die Grillkohle überhaupt anzubekommen. Auf dem Grill würden wir das Fleisch genauso wie hier im Bräter einmal rundum anbraten und dann sieht das ungefähr so aus. Jetzt, weil ich ja einen Bräter habe, ihr könnt das auch im Dutch Oven machen, lege ich zusätzlich noch ein paar Zwiebeln dazu, weil gebratene Zwiebeln einfach herrlich. So, angebraten genug ist er auf jeden Fall. Den Ofen, der geht jetzt in den Backofen, der Ofen, der ist jetzt auf 175 Grad Celsius vorgeheizt, damit mir das aber jetzt obendrauf nicht verbrennt oder die schönen Gewürze weiter verbrennen, bedecke ich den einfach mit Bacon. Und der Bacon, na ihr werdet sehen, ist hinterher eine super Beilage. Ja, und wenn wir das auf den Grill machen, dann würden wir jetzt in diesem Moment, wo ich das Fleisch in den Backofen schiebe, würden wir ihn einfach indirekt zur Blutstellen, Deckel zumachen und garen lassen. Bei 175 Grad lasse ich den jetzt bei dem Gewicht so gute 30-35 Minuten maximal. Es kann auch sein, dass es 40 Minuten dauert, das richtet sich immer danach, wie schwer euer Rehrücken ist, wie viel Fleisch dran ist. Nach dieser Zeit, also nach dieser guten halben Stunde, nehme ich ihn raus, entblättere ihn aus einem Bacon-Kleid, mache einen Deckel drauf und lasse ihn erst mal 10 Minuten ruhen. Kleiner Tipp zur Kerntemperatur. Ich habe ihn aus dem Ofen genommen, da hat er ja eine Kerntemperatur von circa 56 Grad. Und jetzt nach diesen 10 Minuten ist die Temperatur noch ein bisschen hochgegangen, so auf gute, ja nicht ganz 60 Grad. Aber eigentlich heißer sollte er innen nicht werden, weil das ist ein Genuss, dieses Fleisch zu essen, wenn es wirklich saftig und rosa ist. Ja, dann nehmen wir ihn doch mal raus und dann zerlegen wir ihn. Oh, das wird lecker, wartet's ab. So, er hat auf dem Brettchen Platz genommen, ach, er sieht so schon klasse aus. Ja, jetzt mache ich eigentlich nichts anderes, ich hatte ja vorhin an der Wirbelsäule entlang geschnitten und jetzt lasse ich das Messer einfach von den Rippen führen. Das heißt, da sind ja Rippenknochen unten drunter und entlang dieser Knochen schneide ich das Fleisch und löse so kleine, ich sag mal, Filets daraus. Und jetzt kommt der Anschnitt quer zur Faser und Au Backe, guckt euch das an. Ja, das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Und glaubt mir, der Duft von dem Fleisch mit dieser Gewürzmischung, hervorragend, einfach klasse. Und noch eine Premiere, bam, haha, das beste Tellerbild, was ich je gemacht habe. Da ist es, das Fleisch. Die Beilage, da ist übrigens ein griechisch-gewürzter Kartoffelauflauf. Okay Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Entschuldigt, das war ein Indoor-Video, aber trotzdem dürfte euerm Nachbarn sagen, dass ich gute Videos mache. Wir sehen uns das nächste Mal. Euer Jelly. Deine Folgen Untertitelung des ZDF, 2020